ja schönen guten abend mein name ist jan heider von cap trader und ich darf sie ganz herzlich zum heutigen webinar begrüßen und zwar wird heute der herrini wolfram das webinar halten über trading strategien und trading techniken denn heute fällt der startschuss für die neue webinar reihe nähere informationen dazu finden sie bei cap trader direkt hier oben im slider und zwar wenn sie hierauf klicken dann bekommen sie einmal eine kurze erläuterung welche themen denn behandelt werden und außerdem die webinar termine heute geht es auch direkt los mit den dax futures zu der trading analyse und den trading techniken wird dann der herr wolfram gleich näher darauf eingehen vielleicht noch mal ganz kurz die frage bevor ich übergebe können sie mich alle gut verstehen ist die akustik ist das bild gut geben sie mir da gerne einmal ganz kurz feedback in der fragen kolumne perfekt dann ja kann ich nach der kurzen einführung gerne einmal übergeben ja vielen dank auch von mir hallo in die runde ich hole mir gerade mal den bildschirm und dann können wir auch schon loslegen so vielleicht da ist ja das erste webinar von mir hier bei cap trader ist erst einmal natürlich ja freue ich mich dass wir da zusammenarbeiten und ich die möglichkeit habe hier ein paar sachen vorzustellen und ja ich handele seit 23 jahren jetzt an der börse geht jetzt gerade oder ist jetzt das 23 jahr mache das seit ja mache seitdem nichts anderes mache das seit 2003 hauptberuflich und ja bin sehr breit aufgestellt handele eigentlich alles was sich bewegt auch ganz viel in rohstoffen aber natürlich auch in währungen in bondmärkten und auch in den index futures und den fdax habe ich lange zeit war das so der markt in dem ich relativ wenig gehandelt habe weil er vergleichsweise schwierig zu handeln ist ich weiß dass er sehr beliebt ist und man trifft massenhaft leute die primär im fdax handeln aber er war lange zeit natürlich extrem teuer als es die mini kontrakte noch nicht gab finde ich super dass es die mini kontrakte gibt weil man damit feiner skalieren kann und er ist viel schwieriger berechenbar als zum beispiel der s&p hat eine ganz andere eine ganz andere taktung und es ist nahezu unmöglich meiner meinung nach und nachdem was wir untersucht haben strategien aus dem s&p zum beispiel eins zu eins rüber zu ziehen auf den fdax und dort anzuwenden das ist das ist zum scheitern verurteilt naturgemäß vielleicht hat irgendjemand eine strategie ausgearbeitet mit der das bei der das funktioniert mir wären keine geläufig und ja wir wollen uns heute mal einem mythos wie wir gleich sehen werden widmen und zwar dem thema overnight risiko ich habe in den ersten jahren natürlich auch sehr viel in börsenforen gestöbert habe dort mich ausgetauscht mit anderen und da hat man natürlich ganz viel tolle unterstützung ganz klar auch in büchern stehen natürlich sachen die einem überhaupt helfen dass man überhaupt mal ein einstieg bekommt in dieses geschäft und überhaupt mal berührungspunkte hat und ein grundverständnis entwickelt aber es wird auch sehr viel einfach so behauptet und es wird auch kaum kritisch hinterfragt und das würde ich jedem raten ich weiß jetzt nicht wie lange die einzelnen schon an der börse aktiv sind wahrscheinlich einige länger andere weniger lang diejenigen die noch nicht so lange dabei sind den würde ich raten alles eigenständig zu überprüfen solche webinare wie wir es jetzt hier heute haben die taugen natürlich erstklassig um anregungen zu bekommen um eine idee zu bekommen ein hinweis worauf man achten könnte was man vielleicht in seinen eigenen handel auch mit einbeziehen könnte aber es wäre fatal einfach blind zu glauben was jemand erzählt nur weil es vielleicht schön vorgetragen ist oder weil es schön geschrieben ist irgendwo im buch das sollte man immer eigenständig überprüfen manche sachen sind schwer zu überprüfen weil wenn man jetzt nicht programmieren kann ich kann es zum beispiel auch nicht dass da habe ich einen programmierer der die backtests macht dann ist natürlich schwierig jetzt sehr spezifische dinge zu überprüfen aber viele sachen lassen sich überprüfen beziehungsweise wenn man sie anwendet stellt man fest hoppla das ist ja ganz anders und dann sollte man eben sich ein eigenes bild machen und nicht einfach das unkritisch übernehmen und overnight risiko war so das was damals ich bin 1997 ende 97 anfang 98 an den markt gekommen habe so dass die russland krise mitbekommen und natürlich war voll dabei als die dot com blase platzte 2000 9 11 miterlebt den den zusammenbruch des us-häusermarktes griechenland krise also alles so mitgemacht und gerade in diesen krisen phasen oder in diesen best phasen war das so dass sich das unheimlich verbreitet hat und einfach als gesetz galt dass über nacht die risiken enorm sind da muss man erst schon mal unterscheiden zwischen aktien und futures wenn ich futures handele und beziehungsweise wenn ich indizes handele über futures dann klar wenn das gegen mich läuft ist es natürlich nicht angenehm wenn ich im dax future drin bin und es knallt 400 punkte runter oder 500 aber eine einzelaktie hat natürlich grundsätzlich ein viel höheres risiko dass die sich über nacht in luft auflöst weil jeder der beim neuen markt damals dabei war wird das erlebt haben da gab es ja aktien oder gab es unternehmen die haben im leben nie etwas produziert hatten aber ein kgv von 90 und irgendwann hat es dann natürlich bumm gemacht und dann hatten die sich über nacht quasi pulverisiert das wird ja bei einem index nicht passieren index wird vielleicht mal wenn es hoch kommt ja vier fünf sechs prozent nach unten gehen und dann muss man eben auch sehen wie oft kommt das vor das war das was mich schon damals stutzig gemacht hat dass ich mir und da war ich noch nicht wirklich erfahren aber da ist mir die frage gestellt kann das sein dass ich mich an 250 tagen im jahr oder an 249 tagen im jahr beschneide mit dem gewinnpotenzial weil ich positionen zum handelsende glatt stelle und somit niemals trends mitnehmen kann für dieses eine mal wo es vielleicht ein bisschen stärker schwankt und es ist ja diese diese wirklich starken über nacht lücken also wo es wirklich empfindlich wird die sind ja super selten also das war mir damals schon etwas ungeheuer ich hatte aber noch keine ahnung wie ich das ganz untersuchen und verifizieren oder falsifizieren sollte und habe das ja erst mal mehr oder weniger übernommen und habe dann irgendwann festgestellt dass leute die einen buy and hold ansatz fahren dass die viel viel mehr verdienen als ich ich bin da irgendwo so bei plus minus null rumgekrebst und andere haben sich da dumm und dusselig verdient in dieser zeit das hat mich auch wieder so ein bisschen stutzig gemacht und naja seit 2003 seit ich das hauptberuflich mache habe ich auch mit kunden zu tun bilde trader aus beziehungsweise handele jeden tag live live trading room und dementsprechend habe ich natürlich permanent kundenkontakt und kriege natürlich auch mit was ist so was sind so die überzeugungen in der trading szene meine eigenen fehler habe ich natürlich auch immer mitbekommen man reflektiert sie nicht immer sofort aber man hat sie schon auch präsent aber der große vorteil an dieser funktion als mentor oder als ja als helfer oder unterstützer für andere trader die vielleicht noch ein bisschen weniger erfahren sind ist natürlich dass man fehler die man selbst auch macht dass man die nicht nur einmal sieht nämlich bei sich selbst sondern dass man die dutzendfach hundertfach sieht und das ist natürlich dann ein großer vorteil weil sie einem dann viel mehr auffallen und dieses overnight risiko ist mir immer wieder begegnet es gibt fast kein gespräch mit einem trader bei dem nicht irgendwie das gespräch darauf kommt oder das thema darauf kommt dass es doch riskant sei über nacht zu halten und wir haben gar nicht mal um das herauszufinden aber wir haben dann irgendwann mal eine untersuchung gemacht wie sich der dax so verhält was so die performance zeiten sind weil das glaube ich ein ganz ganz wichtiger faktor den an dem man auch ansetzen kann als trader wir befassen uns immer in erster linie mal mit dem preis also zu welchem preis steigen wir ein wo ist ein widerstand wo ist eine unterstützung wo muss es drüber damit es ausbricht wo muss es drunter damit man aus stoppt also wir stellen uns diese frage des preises praktisch permanent aber die frage des wann also der zeit zu welcher zeit ist es denn überhaupt günstig long zu sein zu welcher zeit habe ich bessere chancen short zu welcher zeit neigt der markt eher zu trends zu welcher zeit neigt er eher zu abbrechenden bewegungen und in welchen zeiten passiert vielleicht gar nichts und ich laufe in fehl signale rein das mal zu untersuchen und auszuarbeiten das ist meines erachtens sogar noch viel viel wichtiger weil es gibt diese zeiten schon aus rein logischen gründen großes kapital also hedgefonds publikumsfonds große investment häuser die haben ein solches volumen am markt unterzubringen die werden ganz ganz sicher nicht zu irgendwelchen niedrig volatilen oder niedrig oder gering liquiden zeiten im markt agieren die werden ihr volumen dann in den markt packen wenn sie wissen dass auch genügend kontrahenten da sind das heißt also alleine schon aus dieser logik heraus ergeben sich zwangsläufig für nahezu jeden markt zeiten in denen er ein bestimmtes verhalten an den tag legt mit bestimmtem verhalten meine ich jetzt nicht zwingend dann muss es immer steigen oder dann muss es immer fallen sondern wo ich einen leichten vorteil habe neigt der markt eher zu trends zu einer bestimmten zeit neigt er in einem bestimmten abschnitt eher zu aufwärtsbewegung zur abwärtsbewegung und das zu untersuchen das war dann unsere idee und das haben wir dann gemacht und das war natürlich dann so der aufhänger ist das denn überhaupt wie groß sind denn diese übernacht risiken überhaupt und ich habe mir schon gedacht was so ungefähr rauskommen wird also von der grund tendenz her hatte ich da schon eine ahnung aber ich muss sagen sowohl ich als auch der klaus müller der programmierer mit dem ich zusammen arbeite wir waren regelrecht geschockt als wir diese equity kurve hier gesehen haben das ist nämlich die equity die rauskommt wenn ich jeden tag um 9 uhr einsteige also kassa eröffnung und um 17.30 kassa ende aussteige klar dax future wird bis 22 uhr gehandelt aber es geht jetzt mal darum der aktienmarkt an sich erstmal in der haupthandelszeit der kassahandelszeit wie sind da die wie ist da die performance verteilung oder wie ist da die chance dass ich überhaupt performance mache und dann sieht man dass man in der zeit von 2004 bis 2019 für diese zeit haben wir einfach auch gescheite daten gehabt ist ja auch immer eine frage wenn man backtests macht und kauft sich dann daten ein die zwar bis 1950 zurückreichen wo aber die qualität vor der jahrtausendwende unterirdisch ist bringt der ganze backtest nichts abgesehen davon hatten wir 1970 1980 1960 hatten wir ganz andere bedingungen dass das kann man gar nicht mit heute vergleichen das würde also gar nichts bringen wenn man so weit zurück ginge meiner überzeugung nach auf jeden fall wir waren sehr schockiert dass für die zeit 2004 bis 2019 also bis jetzt bis juni juli wurde das untersucht dass da sogar ein verlust raus kam ich bin immer jeden tag um 9 uhr gehe ich rein und um 17.30 gehe ich raus und dann kommt das hier raus das heißt also man sieht man gewinnt allenfalls mal ganz kurz für eine kurze weile für ein paar trades gewinnt man mal aber insgesamt ist der erwartungswert negativ spätestens an dem punkt wird klar dass dieses diese denkweise die auch speziell natürlich ganz viel im aktienbereich haben natürlich wahrscheinlich wenn auch hier einige aktienhändler dabei sein ich weiß noch damals aus der zeit als ich im neuen markt agiert habe dass ich dort gehandelt habe wir haben auch immer gesagt okay 17.30 da machen wir die positionen zu das hat sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mehr entspannt als früher weil es einfach mittlerweile möglich ist dass das man auch wenn man hier die zertifikate handelt optionsscheine dass man da bis 22 uhr handeln kann außerbörslich aber auch börslich die future zeiten die dax handelszeiten im future die sind ein bisschen geläufiger deshalb sind die leute natürlich auch in richtung 22 uhr tendenziell unterwegs aber es ist wahnsinn dass man tatsächlich in der haupthandelszeit mit einer mit einem immer wieder investiert sein rein raus jeden tag um 9 uhr rein 17.30 raus dass man damit sogar ein negatives ergebnis erzielt hat und zwar über einen zeitraum von 15 jahren so schaut es nämlich aus diese equity heißt also das ist auf jeden fall schon mal eine sehr sehr kritisch zu hinterfragende sache ob das denn wirklich so stimmt dass das ein risiko ist wenn man über Nacht hält diese equity hier zeigt ja oder beweist dass es genau anders herum ist das risiko ist wenn ich über Nacht nicht investiert bin und ich weiß nicht wer sich mal so ein bisschen abseits das klassischen der klassischen börsen lektüren mal zum beispiel über thema über das thema risikomanagement über risikoeinschätzung es gibt zum beispiel ein buch von gerd giga renzer ich weiß nicht wer den kennt ob den jemand kennt sehr interessante abhandlungen dazu nicolas talib zum beispiel auch also da geht es dann darum wie schätzen menschen risiken ein und wir schätzen risiken naturgemäß sehr falsch ein wir ziehen die falschen schlüsse bestes beispiel ist das thema fliegen ich kenne massenhaft leute die sagen oh fliegen ist sehr gefährlich das ist ja nun erwiesen dass es die sicherste fortbewegungsmethode ist aber wonach beurteilen wir das wir beurteilen das nach der konsequenz also wenn mal ein flugzeug abstürzt dann hat man natürlich kaum eine überlebenschance die wahrscheinlichkeit dass es abstürzt ist super gering die wahrscheinlichkeit dass ich bei einem autounfall unfall oder wenn ich über die straße gehe um gefahren werde und dabei schwerst verletzt oder sogar tödlich verletzt werde ist unfassbar viel höher aber wir schätzen dieses risiko eben einfach anders ein und das ist an der börse genau das gleiche das rührt typischerweise daher wie es bei mir auch war ich habe einmal erlebt dass eine aktie die ich gehalten hatte die wo ich long war dass dort irgendwelche meldungen kamen dass die irgendeine lizenz nicht bekommen haben und dann hat es gemacht bumm und dann war die am nächsten tag glaube ich 70 prozent im minus sie hatte ein ganz kleines unternehmen b2b unternehmen die hat sich wirklich ordentlich zerbröselt und wenn man sowas natürlich mal erlebt und jeder wird das mal erleben dass mal irgendeine position über nacht halt massivst gegen ihn läuft entweder er ist short und die position steigt oder es long und die position fällt jeder wird das mal erlebt haben und wenn man dann auch noch irgendwo hört ja klar über nachtrisiken dann ist es natürlich so dass man das dann auch er glaubt und als gesetzmäßigkeit versteht und das ist natürlich einfach falsch in dem fall sieht man tatsächlich wenn ich zwischen 9 uhr und 17.30 investiert bin bringt es nicht nur nichts sondern ich verliere sogar geld und das ist natürlich jetzt auch für diejenigen die daytrading machen schon mal eine ganz wichtige information denn wenn ich wenn ich opening range breakouts zum beispiel handele was ja mit sicherheit der ein oder andere vielleicht macht wenn er hier aktiv handelt also zum beispiel die range von 8 bis 9 uhr oder von 8 bis 10 uhr nehme und dann einen ausbruch daraus handele dann wird man feststellen dass das gar nicht mal so profitabel ist in der kassahandelszeit umgekehrt wird man wahrscheinlich feststellen dass es sehr sinnvoll ist wenn man nach 17.30 einstiegssignal auf der long seite im fdax sucht weil offensichtlich das kann man aus verschiedenen untersuchungen auch sehen offensichtlich ist es so dass im prinzip die gesamte performance vom dax aus der zeit 17.30 bis 9 uhr morgens stammt das heißt also um es mal einfach zu sagen wir hängen vollkommen am tropf der amerikaner das hat man immer geahnt oder weiß man eigentlich auch aber dass hier überhaupt keine performance entsteht in der kassahandelszeit das vielleicht bin ich da auch einfach zu sensibel aber ich finde das wahnsinn und es ist natürlich sehr sehr hilfreich weil ich habe oft trader kennengelernt die gesagt haben gar nicht mal jetzt spezifisch auf den dax bezogen aber die dann ihr leid geklagt haben für den markt xy haben sie noch keine gute strategie gefunden da hätten sie gerne was oder da bräuchten sie was man muss die märkte tatsächlich untersuchen und nicht nur sagen okay ein aktienmarkt ist aktienmarkt das wird schon so laufen die haben alle unterschiedliche markt teilnehmer die in ihnen handeln unterschiedliche effizienzen und dadurch laufen sie auch anders und hier ist es eben so dass die performance tatsächlich aus der zeit 17.30 bis 9 uhr kommt also genau die zeit in der viele gar nicht investiert sein wollen und das ist für den s&p haben wir das auch mal untersucht da ist diese das natürlich die pause geringer also zumindest was den future angeht was den kassamarkt angeht ist schon ganz üppig die die pausenzeit des break da ist es nicht so extrem aber da ist es auch so ein stück der performance lasse ich liegen wenn ich nicht über nacht drin bin aber dort ist es sehr viel weniger da macht es so ungefähr 10 15 prozent aus heißt also eine ahnung statt statt bei 3000 punkten steht der markt dann bei 2650 punkten oder so da geht es noch da hält sich dieser overnight effekt noch in grenzen aber hier ist er richtig heftig was natürlich einfach daran liegt wir sind keine eigenständige börsenkultur wir haben keine börsenkultur hier sondern sind ein paar leute die sich dafür interessieren die anderen verspotten ist oder halten nichts davon und das ist schon mal der sind schon mal zwei wichtige punkte also erstens wenn ich ausbrüche handeln möchte auf der long seite das wird natürlich auch mal funktionieren jeder von uns wird jetzt wenn man jetzt sich einen chart zur hand nimmt und ein bisschen sucht wird man sagen ja aber guck mal da hat es doch funktioniert und da war es doch auch gut das ist wieder das klassische phänomen wir ziehen aus einzelnen fällen verallgemeinern wir und ziehen dann eine machen dann daraus eine gesetzmäßigkeit entweder im positiven oder im negativen sinne also natürlich wird es mal passieren dass wir drin sind über nacht und es knallt volle kanne gegen uns so das kommt vor aber das ist ein marktrisiko was ich tragen kann das wird irgendwann passieren dafür werde ich aber auch hunderte von situationen haben in denen mir nichts passiert und sogar viele dutzende situationen in denen es mir sogar einen vorteil bringt über nacht drin zu sein nicht nur dutzende sondern auch hunderte also deshalb in der kasse handelszeit investiert sein auf der long seite bringt nichts 17 uhr bis 9 uhr auf der long seite investiert sein bringt etwas aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen denn wenn wir jetzt daraus so eine einfache strategie machen also wenn man jetzt einfach her geht und sagt okay dann lasst uns doch mal schauen wie es ausschaut wenn wir um 17 uhr 30 einfach stupide ohne irgendeine filterung jeden tag 17 uhr 30 rein und 9 uhr am folgetag raus dann käme so eine equity raus hier auf den ersten klick würde wahrscheinlich würden wahrscheinlich viele sagen okay mache ich würde ich machen sieht gut aus profitabel ist es überhaupt keine frage die persönliche erfahrung und die erfahrung mit anderen tradern zeigt aber dass die große schwierigkeit eben die langfristige disziplin ist wenn ich nicht weiß wo wir landen wenn ich so eine equity zeige dann wissen wir alle hier unten ging es los und hier oben ist es geendet und sind locker und entspannt wenn wir so eine phase hier sehen wo es von trade 1970 bis trade 2550 ungefähr also fast 600 trades seitwärts lief beziehungsweise korrigiert jetzt muss man sich mal vor augen führen 600 trades bei einem system was jeden tag handelt wir haben ungefähr sagen wir mal so 250 260 265 handelstage im jahr so um den dreher rum gehen wir mal von 250 aus das sind ja noch feiertage dabei und man hat auch mal urlaub also dann sind das über zwei jahre schon in denen das hier nichts gebracht hat und jetzt muss man mal ehrlich zu sich selbst sein wer fängt denn heute an etwas zu handeln handelt es in zwei jahren immer noch hat nichts verdient sogar zwischenzeitlich ordentliche schwankungen gegen sich gehabt und macht das immer noch weiter das macht niemand niemand der nicht darauf wirklich spezialisiert ist oder darauf trainiert ist und das ist die große schwierigkeit also so eine equity sieht angenehm aus erstens der drawdown zwischenzeitlich kann sehr empfindlich ausfallen und es ist nicht immer gesagt dass der dann erst kommt wenn ich schon polster aufgebaut habe sondern dieser absacker hier der sehr üppig ausfällt der kann ja auch das ist alles one size gerechnet das heißt es ist immer mit einer konstanten positionsgröße gerechnet also nicht mit zinses zins sondern immer one size das heißt das hat zwischenzeitlich auch mal heftigste schwankungen von ungefähr 20 prozent verursacht in die falsche richtung 20 prozent klingt ja noch okay in dollar sind das aber in dem fall beziehungsweise in euro sind das ungefähr 50.000 euro das heißt also jemand der das handeln wollen würde müsste hier die maximal da gewesenen drawdowns betrachten und muss mit denen okay sein muss eine kapitaldecke haben die das aushält heißt also von vornherein mal 100.000 und zwar nur für diese strategie reserviert weil wenn ich noch eine zweite dritte strategie reinpacke und mit diesem kapital handele kann sein dass mehrere in den drawdown gehen gleichzeitig kann ich muss ich auf einmal aufhören zu handeln also das ist das spannende auch daran am trading oder an der börse ich hätte auch früher habe ich immer sofort gesagt na klar handelt man sieht gut aus das ist ja als als reiner basis effekt sensationell dass das rauskommt wenn man um 17.30 reingeht und um 9 uhr rausgeht und immer nur long man macht nichts anderes immer nur long das ist toll aber es ist nicht dauerhaft umsetzbar weil uns die kapitaldecke limitiert unsere psyche wir werden super ängstlich werden wenn sowas passiert wie hier und zwar mit recht man stelle sich vor man hat ein konto von 70.000 und dann knallt das hier innerhalb von ein paar tagen knallt es einem 50.000 euro weg dann möchte ich mal sehen wie weit es dann noch mit der disziplin ist also das ist die große schwierigkeit funktioniert ja aber ich brauche eine sehr sehr große kapitaldecke dann kann ich so ein so ein ding handeln bin mit den schwankungen okay aber es ist nicht massenkompatibel wenn ich sehe mit welchen schwankungen schon trader nicht zurecht kommen dann ist sowas überhaupt nicht geeignet aber das ist entscheidende punkt den basis effekt zu kennen und zu wissen okay mit seinen eigenen techniken die man schon entwickelt hat da ist ein effekt dass es zwischen 17.30 und 9 uhr früh tendenziell eher steigt dann sucht man sich irgendwelche filterungen ich werde gleich ein bisschen was zeigen dazu dann sucht man sich eine filterung oder sagt okay ich gehe nur mit den trades mit die auf ein neues hoch gehen nach 17.30 auf ein neues intra de hoch was auch immer aber diesen effekt zu kennen zu wissen dann steigt ist tendenziell das ist ja unheimlich hilfreich und das kann einen schon weit bringen aber wenn man der naiven und gutgläubigen vorstellung nachhängt dass man einfach nur jetzt einsteigt um 17.30 oder vor einer stunde eingestiegen wäre und morgen früh um 9 uhr verkauft und damit verdient man sich dumm und lustig das wird nicht funktionieren aber diesen effekt sich zu merken und für sich jetzt zu ankern okay das ist die lohnende zeit also sollte ich vielleicht einfach mal gucken man kann ja sogar für sein daytrading daraus leeren ziehen und kann probieren vielleicht ausbrüche auf neues intra de hoch oder auf ein neues zwei stunden hoch was auch immer zu handeln und dann intra de davon zu profitieren das ist ja auch eine aussage zu welcher zeit ist der markt eher untrendig offensichtlich zwischen 9 und 17.30 und zu welcher zeit neigt er eher zu einer tendenz und in dem fall sogar aufwärts gerichtet nämlich 17.30 bis 22 uhr beziehungsweise eigentlich sogar bis 9 uhr früh und das macht eine menge aus ich habe andere strategien die das auch genau untermauern ich habe eine strategie die sich xl counter nennt die handelt nach sehr großen kerzen handelt die in konter und als ich die strategie entwickelt habe und untersucht habe wie sich der markt verhält kam in vielen fällen raus also meistens ist ja so dass man sagt okay jetzt soll erstmal der handelstag abgeschlossen sein und dann platziere ich eine order um einen konter zu handeln oder einen ausbruch und in dem fall war es so da hat sich massenhaft gezeigt dass wenn ich eine große impulsive tages range abwarte und dann am folgetag erst eine order platziere also zum beispiel keine ahnung es fällt 500 punkte heute und ich gehe morgen früh long um 9 uhr so das war die ursprüngliche idee dann hat sich herausgestellt der markt macht ganz oft der fdax macht ganz oft sprünge zwischen 22 uhr und 9 uhr beziehungsweise 8 uhr früh und zwar in diese in diese gegenrichtung und das bestätigt das was ich was man hier auch daraus sehen kann es lohnt sich also nicht nur bis 22 uhr investiert zu sein sondern alleine aus der zeit 22 uhr bis 8 uhr früh resultiert auch noch mal eine ganze menge muss ich auch noch mal dazu sagen noch mal ganz bewusst betonen ich habe schon auch mitbekommen dass natürlich der dax future jetzt auch schon nachts gehandelt wird also ganz so von gestern bin ich auch nicht aber bei mir ist es so und das kann auch jeder nachvollziehen wenn er sich einfach mal das volumen anschaut das große institutionelle geld geht auch erst ab 8 uhr die haben ihren handelsbeginn jetzt nicht verlegt ist ja auch illusorisch glaubt man denn ernsthaft dass jetzt irgendwelche regularien geändert werden und dann stellt jede bank da zwei händler ab die dann dann nachts für drei leute die da handeln die quoten stellen beziehungsweise die dass das makeln machen das ist ja lachhaft also natürlich macht macht man das nicht das große geld fängt auch so zwischen 8 uhr und 9 uhr an und deshalb spreche ich über diesen markt noch genauso wie ich es zu der zeit getan habe als es diese diese nächtlichen diese nächtliche handelszeit noch nicht gab also das nur mal als information dazu natürlich ist die ist die zeit dieses breaks kürzer mittlerweile aber der effekt ist ganz eindeutig es gibt tatsächlich ein overnight effekt für die long seite den man nutzen kann im dax etwas was wir immer auswerten wenn wir eine strategie entwickeln wenn wir sie versuchen robust zu machen ist natürlich immer ich habe vorhin schon gesagt die frage des wann ist schon mal sehr sehr entscheidend und zwar nicht nur auf intrad ebene sondern auch zu gucken in welchen monaten in welchen wochen des jahres in jahreszeit funktioniert denn die strategie vielleicht nicht es gibt zeiten zu denen einfach bestimmte wirtschaftliche events sind bestimmte news bestimmte gattung von news auf eine bestimmte art und weise ausfällt und in diesen zeiten kann es sein dass der markt sich anormal verhält und dass es dann besser ist wenn man pausiert wir sehen jetzt hier die monatsauswertung für dieses system also für den overnight pull das ist jetzt nicht die fertige strategie was ich hier zeige weil dies in unserem ausbildungsprogramm enthalten da kann ich natürlich jetzt nicht hier in dem rahmen die regeln komplett offen legen aber was ich bislang gezeigt habe was ich auch jetzt zeige gibt einem schon sehr gute orientierungshilfe wie man diesen diese erkenntnisse nutzen kann also man sieht dass das in den meisten ja in den meisten monaten tatsächlich sehr stetig gut performt da fallen wenige wirklich ab der august ist ein monat der nicht nur in diesem system oder nicht nur in diesem ansatz sondern auch in anderen ansätzen eigentlich mit der schlechteste monat ist woran liegt so was meine erklärung ist dass es an den ferien liegt auch auch institutionelle händler haben irgendwann mal urlaub auch große banken fahren irgendwann mal auf sparflamme und im august scheint das quasi weltweit oder in den wichtigsten wirtschaftsregionen der fall zu sein und wenn das institutionelle geld was ja eben nicht so vorgeht wie wir die hauen ja jetzt nicht mal irgendwie da zwei kontrakte rein und sagen okay das war's sondern die haben so ein volumen unterzubringen die müssen das erstmal richtig planen dann müssen sie die orders staffeln und dann geht das über mehrere stunden über mehrere tage bis so ein blog abgearbeitet ist und wenn das institutionelle geld eben nicht in dem maß agiert die sind ja nicht alle weg aber viele machen da schon pause dann kann ich systematisch ganz schwer rangehen da habe ich eine sehr große streuung deshalb der august ist so der monat der am ehesten rausfällt der mai und juni die sind ja leicht profitabel oder auch leicht unprofitabel aber ein großer fehler den man meistens bei einer systemoptimierung macht das werden wir an anderer stelle mal gerne in einem in einem der weiteren webinare besprechen ein großer fehler bei der systemoptimierung ist dass man tatsächlich aggressives curve fitting macht also die equity kurve optimiert und um mal dieses abstrakte wort optimierung oder über optimierung einfach mal praxis nahe zu erklären was kann in einem markt passieren so ich handel jetzt hier hier ist ja jetzt die idee dahinter die finale strategie hat ein bisschen filterung auch drin aber hier ist ja die idee jeden tag einfach 17.30 long 9 uhr raus so wenn ich das jetzt das ganze jahr über handele also ich nehme das in jedem monat an jedem tag handel ich das dann ist dieser ansatz ja definitiv nicht anfällig für veränderung weil wenn jetzt also wenn ich das in jedem monat handele an jedem einzelnen tag und nichts auslass und nicht sage in dem monat nicht dann kann ja die qualität wann die performance gemacht wird das kann ja wandern wie es will das juckt mich ja dann nicht vielleicht bislang wenn man jetzt hier das so sieht sind dezember juli und januar die besten monate und april wenn sich das jetzt verändern würde und auf einmal wird es der mai der juni der september und der meinetwegen märz oder der februar überhaupt kein problem weil ich handel ja alle monate also da ist noch keine überoptimierung drin beziehungsweise keine aggressive optimierung drin was viele machen ist natürlich sie wollen den profit factor also die die rentabilitätskennziffer sozusagen nach oben drücken um eine ganz ganz toll glatte equity zu bekommen und dann würde man zum beispiel dann würden natürlich solche leute die sehr aggressiv optimieren würden sagen okay der mai bringt nichts der juni bringt verluste und der august bringt erst recht verluste die drei streichen wir raus das heißt ich habe auf einmal ein viertel weniger trades und das sind keine performance bringer ich kann also damit den profit factor sofort nach oben katapultieren das sieht für die vergangenheit super aus jetzt ist das problem wir haben ein viertel einen von vier monaten haben wir schon mal rausgenommen drei von zwölf monaten nehmen wir raus was machen wir denn jetzt wenn die besten monate auf einmal die schlechtesten werden wenn da einfach ein favoritenwechsel passiert das wird selten vorkommen in der extremen ausprägung aber das kann passieren ich mache damit mit so einer beschneidung mache ich zwar den profit factor den katapultiere ich nach oben aber ich mache die strategie anfällig dafür dass in der zukunft nicht mehr funktioniert das ist etwas was man sich immer bewusst machen sollte deshalb auch wenn hier zum beispiel der mai und der juni nichts bringen solche monate lasse ich drin beim august ist es so der ist tatsächlich beständig schwach da kann man sich jeden jedes jahr anschauen da funktioniert das tatsächlich nicht gut den könnte man rausnehmen das wäre jetzt ein ein monat von zwölf das ist okay ein zwölftel rausnehmen das ist okay vielleicht handelt man es auch mit moderater gewichtung das wäre noch der noch bessere weg auf jeden fall mein tipp ist da immer wenn eine strategie entwickelt relativ frei bleiben dadurch wird man natürlich keine keine performance explosionsstrategie haben die einem das konto innerhalb von zwei monaten verdoppelt aber dann muss man sich auch generell die frage stellen ist das denn überhaupt die intention also klar man wird sich nicht dagegen wehren aber geht man denn an so ein geschäft ran und sagt okay in zwei monaten muss ich so und so viel haben bei mir ist es zum beispiel so dass ich in ein zeitfenstern von zehn bis zwanzig jahren denke also das heißt nicht dass ich erst nach zehn jahren geld verdient haben werde aber ich plane dass ich das in fünf jahren in zehn jahren in 20 jahren immer noch mache deshalb ist es mir dann auch egal ob ob ich mal eine phase habe in der es länger nicht vorangeht also deshalb hier bei den monats bei der monatsfilterung sieht man da sind drei monate die eigentlich nichts bringen aber davon wäre nur der august rauszustreichen das heißt also das kann man sich vielleicht auch merken dieser effekt 17 uhr 30 rein long 9 uhr früh raus der ist im august völlig verwirkt das heißt wenn man das versucht zu nutzen vielleicht mit einer eigenen note noch dann ist der august sehr problematisch im august funktioniert das nicht im übrigen wenn rauskommt variante a funktioniert nicht also long handeln zum beispiel dann bedeutet es mitnichten zwangsläufig dass variante b nämlich short handeln dann erfolgreich ist da muss man sehr aufpassen was gibt ganz viele grauzonen und nicht nur schwarz und weiß also monatsauswertung jetzt kommen wir zu einer vorfilterung die sinn macht wenn ich das stupide jeden tag handele werde ich riesige schwankungen drin haben und schwankungen die meiner meinung nach jemand der jetzt nicht mit einem konto von der million gesegnet ist dann sind das schwankungen die er nicht aushalten wird selbst wenn er den mini kontrakt nimmt werden die nicht auszuhalten sein deshalb macht es sinn zu überprüfen ist das denn überhaupt also ist das losgelöst von der vorgeschichte also von den vorherigen tagen wie die gelaufen sind oder ist es nicht losgelöst wenn man mal die märkte grob verstanden hat was sie wie sie funktionieren was sie machen wenn ich das stupide jeden tag durch handeln würde ohne eine filterung dann würde das ja bedeuten wir haben montag vielleicht drei prozent hinzugewonnen dienstag auch noch mal zweieinhalb prozent donnerstag mittwoch vier prozent hinzugewonnen und so weiter und so fort und ich mache jeden tag eine neue position auf 17.30 bis 9 Uhr früh die wahrscheinlichkeit dafür dass das wenn es vier tage lang gestiegen ist dass es am fünften tag auch noch steigt die ist drastisch geringer heißt also es macht sinn dass ich mir die vorgeschichte zu dem heutigen tag anschaue und da braucht man auch kein akademiker sein um da eine ahnung zu haben wie es funktionieren wird jeder dürfte wissen dass langfristig die aktienmärkte immer steigen klingt blöd aber dass sie eine höhere chance haben auf der long seite als auf der short seite es gibt eine ganz interessante untersuchung die kann ich gerne mal beim nächsten mal bei einem der nächsten webinare zeigen da sieht man wie wahrscheinlich ist es wenn ich einen beliebigen gewürfelten einstieg habe wie verändert sich die wahrscheinlichkeit dass ich erfolgreich bin also dass der trade gewinnt wenn sich die haltedauer erweitert von einem tag auf drei tage auf fünf tage auf 100 tage auf 200 tage auf drei jahre auf fünf jahre auf zehn jahre dann kommt raus dass man nach man sieben jahre hält ist ist man in 95 prozent der fälle im plus und da sind sogar die dinger dabei bei denen ich einen tag vor dem 87 crash long gehe also selbst das wird dann wieder hoch gehandelt also sich den vorbedingungen zu widmen das macht schon sinn und wenn man weiß dass die aktienmärkte langfristig einfach nach oben tendieren weil die wirtschaft natürlich wächst die weltbevölkerung wächst dann ist klar dass die idee sein muss lass mal untersuchen ob ein rücksetzer also wenn am vortag wir relativ niedrig geschlossen haben vielleicht funktioniert das gut und das wird hier mit dieser grafik die ist ein bisschen abstrakt weiß ich ich erkläre sie aber das wird mit dieser grafik dargestellt die ist leider nicht schöner machbar ich kriegte auch immer kriegte auch immer anfälle wenn ich die geschickt bekomme aber wenn man mal damit gearbeitet hat eine weile ist es in ordnung also diese weißen dinger hier das sind prozent werte neun prozent zehn prozent 16 prozent 36 prozent und so weiter hier hinten sind 100 prozent das sind prozent werte wo der schlusskurs in relation zur gesamten kerze steht also zum beispiel 25 prozent würde bedeuten er ist im schlusskurs liegt im unteren viertel beziehungsweise im oberen viertel ein wert von 75 bedeutet er liegt im unteren viertel also bei dem unteren viertel wenn ich also eine tages kerze in vier teile schneide oder in hundert kleine teile schneide und bekomme hier einen wert von 75 dann bedeutet das dass wir von oben ausgezählt 75 punkte niedriger sind also 75 prozent punkte niedriger man muss jetzt gar nicht so spezifisch werden ich will nur die kernbotschaft vermitteln was das hier anzeigt ist diese magenta farbene linie zeigt an wie sich die equity verändert wenn sich die stellung des schlusskurses verändert da sieht man wenn wir sehr hoch schließen also mal anders ausgedrückt eben habe ich mich schlecht ausgedrückt sorry diese prozentangabe gibt im prinzip an wenn die tages range wenn der schlusskurs ganz oben ist also schlusskurs des dax am absoluten tages hoch dann kriegen wir einen wert von null es sind null prozent von diesen hundert scheiben die ich habe von diesen hundert prozent sind null prozent luft bis zum hoch schlusskurs und tages hoch sind gleich auf also null prozent differenz und je weiter wir mit dem schlusskurs unterhalb des tages hochs liegen desto profitabler wird die geschichte man sieht dass das erst mal hier eine dalle hat das geht von rechts nach links das ist eine russische software also metatrader dahinter warum das von rechts nach links angezeigt wird ich habe mir jetzt bis heute noch keiner erklären können aber es ist mir auch egal weil ich dadurch sinnvolle informationen bekommen deshalb erkläre ich die grafik also die kernbotschaft erst einmal habe ich wenn ich long handele also wenn ich heute long handele um 17 30 und morgen um 9 uhr rausgehe und die vorgeschichte zum heutigen tag ist dass wir gestern am absoluten tages hoch schlossen dann habe ich keine so gute chance dass ich damit erfolgreich bin heute also gestern schlusskurs am tages hoch heute 17 30 long morgen 9 uhr raus wird nicht gut funktionieren also wenn ich 100 solcher fälle habe werde ich ordentlich geld verloren haben so das verändert sich wird sogar noch negativer und die equity steigt an ab einem wert von ungefähr so 55 prozent das bedeutet wenn die gestrige tages range wenn der schlusskurs unterhalb der mitte ist also die gestrige range waren meinetwegen 100 punkte hoch minus tief und der schlusskurs liegt bei 50 punkten in der mitte irgendwo oder darunter dann wird die sache auf einmal interessant man sieht dass das exponentiell ansteigt hier hinten nach links je niedriger der schlusskurs war also man muss jetzt gar nicht diese komische prozentskala hier verstanden haben einfache erklärung wenn der gestrige schlusskurs ziemlich unten lag also je weiter der unten lag wir hatten vielleicht eine spanne meinetwegen von keine ahnung 12.100 war das tief 12.200 war das hoch und der schlusskurs liegt bei 12.120 also ziemlich unten im unteren fünftel dann habe ich gute chancen dass das funktioniert so alles was im unteren drittel im unteren viertel ist im unteren viertel einer tages range wenn das die vorgeschichte zum heutigen tag ist dann kann ich diesen trade um 17.30 machen wenn diese vorbedingung nicht erfüllt ist dann mache ich es eher nicht was ja auch ganz logisch ist wenn wir langfristig steigende kurse sehen wollen und ich nur long strategie habe dann wird die natürlich ein größeres potenzial haben wenn die vorgeschichte dazu negativ ist wenn ich einen tag habe an dem der markt verloren hat oder nicht wesentlich hinzugewonnen hat und am ende positiv landen will dann muss ja der nächste tag oder einer der nächsten tage muss ja dann umso positiver sein heißt also das worauf man achten sollte ist ist die vorgeschichte zum heutigen tag eher so lala zum beispiel gestern praktisches beispiel gestern hat der elftags ziemlich unten geschlossen also hat intra die abgegeben heißt also heute hätte man das handeln dürfen heute hätte man das gemacht 17.30 rein und morgen um 9 Uhr raus wenn das die alleinige filterung wäre es ist nicht die alleinige aber das ist schon mal sehr sehr hilfreich also wenn ich im unteren viertel liege ist es extrem profitabel wenn ich in der unteren hälfte liege der tages range mit dem schlusskurs kassa wohlgemerkt dann ist das sehr profitabel ich beziehe mich mit der filterung auf den kassamarkt handel aber den dax future weil den kassa kann ich ja nicht handeln also das zur erläuterung hierzu wenn wir es mal zusammenfassen was was wir hier aus der statistik heraus sehen können dann ist es 17.30 long 9 uhr am folgetag raus hat für den fdax eine gute qualität es gibt zwei counter trend strategien die short handeln in der zeit 9 uhr bis 17.30 die sind aber komplexer das würde den rahmen hier sprengen auch aber insgesamt sind aus diesen aus diesen erkenntnissen vier strategien zwei long strategien die diesen overnight long halten oder handeln und zwei counter trend strategien für die short seite unter bestimmten bedingungen entstanden also beides funktioniert da sind sogar sachen dabei ist eine strategie dabei die mit einem vergleichsweise eng stopp arbeitet was ja normalerweise nicht so mein ding ist aber in dem fall macht es tatsächlich sinn also das ist der eine effekt nur wir müssen verstehen blind jeden tag um 17.30 kann nicht funktionieren jedes mal long zu gehen das funktioniert besonders dann gut wenn wir eine entsprechende vorgeschichte haben dass es am vortag zurücksetzte das ist übrigens ähnlich auch für den für den us-aktienmarkt oder auch für den dax der dienstagseffekt dass der markt dienstags steigt dienstags long zu gehen macht besonders dann sinn wenn der montag schwach war beziehungsweise wenn der montag niedriger war mit dem schlusskurs als der freitag also das sind simple simple dinge die mir so ein bisschen den weg weisen wie ich diesen diese märkte einigermaßen handeln kann man muss sich da man sollte sich da ein bisschen rein fuchsen und dann ja seine eigene note auch dazu bringen und mit reinbringen aber es hilft ungemein wenn man schon mal so eine idee hat und mit der nase in die richtige richtung gestummt wird und das ist hier glaube ich gelungen bzw das ist hier der fall und wir brauchen also einen rücksetzer als vorgeschichte und dann funktioniert das besonders gut um 17.30 long zu handeln und um 9 uhr auszusteigen wichtig dabei ist natürlich auch dass man sich trotzdem der risiken bewusst ist langfristig wenn ich das jetzt wieder und wieder mache ist das overnight risiko ist nicht existent aber ich darf natürlich jetzt nicht rangehen und sagen okay dann haue ich jetzt mal hier ein drittel meines kontos rein das wird schon gut gehen da werden trades kommen und auch serien von trades die einen dann zerlegen also muss man schon auch da planen für den worst case und an dem punkt wird es für viele dann schwieriger da muss man also ein bisschen muss man also ein bisschen aufpassen aber der effekt an sich hat mir unheimlich geholfen und seitdem ich das für den dax rausgefunden habe für mich die frage warum man sowas nach 20 jahren irgendwann untersucht und nicht schon direkt am anfang aber auf jeden fall seitdem handel ich sehr viel mehr im fdax natürlich auch weil der mini kontrakt da sehr gut skalierbar ist oder das konto sehr skalierbar macht aber ich handel auf der long seite bestimmte zu bestimmten zeiten wie jetzt hier gerade gezeigt ich handel unter bestimmten bedingungen auch short also da sind sachen dabei die sind wirklich sehr brauchbar und ich habe erst im dax wirklich angefangen intensiver dort zu handeln als ich solche methoden hatte die mir einfach einen gewinnvorteil am langen ende bringen ansonsten habe ich einfach das problem dass ich immer wieder so ein münzwurf spiel spiele und das das zermürbt einen irgendwann und gerade im dax haben sich sehr viele schon ordentlich verhoben und ich erinnere mich noch sehr lebendig an meinen ersten fdax trade da hat es oder war ich natürlich auch hochgradig naiv da habe ich glaube ich um 14 uhr 29 habe ich eine position aufgemacht dann kam ich weiß gar nicht ob es die nonfarm payrolls fahren oder irgendwelche anderen wirtschaftsdaten dann kamen wirtschaftsdaten so schnell habe ich noch nie 80 punkte dahin siechen sehen zack war ich 80 punkte hinten und ausgestoppt also muss man natürlich schon auch ein bisschen ein bisschen aufpassen so ich gehe mal gerade die fragen durch weil wir die jetzt auch noch bearbeiten können so das haben wir schon durchgesprochen so dann ist hier ein guter punkt also der ron hat geschrieben wenn die märkte ausgesetzt werden und die stops nicht greifen naja ich muss für soll ich muss das einkalkulieren was ist denn die alternative dazu ich wenn ich jetzt sage okay es kann einmal ich meine es ist auch gut dass hier eine jahreszahl dazu kam weil das war 99 2000 so ja klar das gab es schon mal es gab zum beispiel auch dass wir bei 911 das habe ich live habe ich live gehandelt beziehungsweise zu dieser zeit habe ich gehandelt und als die dann da reingeflogen waren habe ich gar nichts mehr gemacht so da gab es auch eine handelsunterbrechung natürlich und am nächsten tag hat der markt keine ahnung 500 600 punkte tiefer aufgemacht keine ahnung weiß nicht mehr genau aber massiv ja natürlich wird das passieren irgendwann passiert das aber ich kann doch nicht ein leben lang also jedenfalls meine überzeugung ich kann doch nicht ein leben lang sagen okay ich handle das nicht weil irgendwann kommt mal was nee aber ich kann natürlich gucken dass wenn dieser ultimative katastrophenfall eintritt dass ich dann halt vielleicht im schlechtesten fall zehn prozent meines kontos verliere und nicht 100 prozent oder 80 prozent aber der wird irgendwann kann das passieren klar aber ich meine wenn man so durchs leben wandelt jetzt gehen wir mal aus dem trading raus ich glaube weil das ist nämlich immer dann ganz hilfreich wenn man mal vom trading weg geht und das ins normale leben überträgt das bedeutet ja man darf niemals ein flugzeug besteigen denn irgendwann stürzt man eins ab das darf ich nie machen ich dürfte in keinem restaurant pilze essen weil irgendwann ist mal einer schlecht also wo fängt man denn dann an mit seiner prävention ich muss ich kann risiken nicht auf null runterfahren ich werde ein gewisses risiko immer haben und ich muss für so einen fall muss ich die ultimative katastrophe einkalkulieren das heißt wenn es zehn prozent niedriger aufmacht am nächsten tag und ich bin long dann muss ich wissen was würde ich denn da verlieren und natürlich jeder das ist doch auch bei großen banken so dass es bei hedgefonds so jeder selbst die besten adressen kriegen irgendwann mal durch eine bescheuerte markt bewegung die niemand auf dem radar hat durch irgendeinen exogenen schock kriegen die halt mal volle kann eins übergebraten da gab es hedgefonds letztes jahr gab es optionssellers.com pleite gegangen durch eine bewegung im erdgas future und wenn man sich mal anschaut wo die hops gegangen sind erdgas irgendwo bei 4.50 4.90 mal ganz kurz gewesen und wo erdgas jetzt steht oder wo es vor ein paar wochen stand die müssen doch seit einem jahr oder sicher nicht mal ein jahr her neun monate her zehn monate sie müssen doch durchdrehen also das passiert einfach immer wieder und ich muss einfach schauen dass ich für so einen fall ja dann haut es mir halt vielleicht sogar mal 10 15 20 20 prozent weg wenn es wirklich so wäre ich persönlich weiß dass ich mir nicht leisten kann dieses risiko zu eliminieren heißt also ich muss akzeptieren einmal alle 20 jahre passiert das wenn ich pech habe bin ich falsch positioniert und krieg eins übergebraten und dann muss ich ein jahr wieder arbeiten arbeiten muss ich ein jahr lang traden um das wieder aufzuholen das wird passieren so aber ansonsten brauche ich meinen laden gar nicht mehr aufzumachen das heißt dann muss ich es ganz lassen aber auch da wieder jeder hat mit sicherheit aus guten gründen seine einstellung das ist auch absolut okay nur wird man auf einem bestimmten niveau ist natürlich nicht hinbekommen ich habe gerade gestern weiß nicht ob der eine oder andere es vielleicht gesehen hat bei marcus lanz war frank tehlen unternehmer investor und da ging es auch um das thema dass die einen gerade jetzt zum beispiel in usa und china dass die innovation bringen dass die sich was wagen dass die was machen dass die viel mehr wagen ist kapital haben hier in deutschland wir haben ganz ganz schlaue ingenieure ganz ganz tolle wissenschaftler und wir kriegen es nicht gebacken mal wirkliche innovationen voranzutreiben so dass das gleiche thema also wenn ich natürlich sage nee ich will das nicht riskieren ja steve jobs ist mit sicherheit hat nicht apple zu dem gemacht was es heute ist wir laufen nicht alle mit apple und mac rum weil der damals vor der garage standen gesagt hat vielleicht wird es ja nichts ich mache es mal nicht also ich glaube wenn man was erreichen möchte irgendwo muss man halt auch ein bestimmtes wagnis eingehen und für mich persönlich ist es okay wenn einmal alle 20 jahre sowas passieren sollte dann gibt es ja immer noch auch die möglichkeit vielleicht habe ich glück und ich bin an dem tag sogar short es gab ja diese leute die sind ja legendär geworden leute die vor dem 87er crash short waren oder vor dem vor dem zusammenbruch des aktienmarktes 2008 also die gibt es ja auch von daher ich halte es für nicht sinnvoll aber klar wenn jemand zu hoch drin ist dann zerlegt es ihn da das ist aber dann unsere aufgabe eben nicht zu hoch drin zu sein aber lange rede kurzer sinn man wird im dax seine profitabilität steigern können und seine fehlerquote reduzieren können wenn man eben diese begebenheit berücksichtigt zwischen 9 und 17 30 ist auf der long seite ist am langen ende schwierig und zwischen 17 30 und 9 uhr ist es auf der langen seite auf der long seite erfolgsversprechend das kann man nüchtern so sagen aber ich warne an der stelle nochmals vor so einfach wie der effekt klingt ist er nicht es kann ja jeder mal jetzt im nachgang sich einen dax chart nehmen einen intraday chart und nur mal ganz grob drüber schauen da wird man feststellen jetzt wenn man jetzt nicht so weit zurückscrollen die jüngsten drei tage nimmt wird man sagen sensationell was der da gerade vorgestellt hat ist ja ist ja genial dann scrollt mal drei tage weiter zurück dann seht ihr dass es gar nicht mehr so genial aussieht ausschaut also immer um 9 uhr short zu gehen zum beispiel und um 17 30 raus so einfach ist es auch nicht aber dieser long effekt der ist tatsächlich ganz brauchbar aber auch da ist es so es gibt unangenehme schwankungen es gibt immer unangenehme serien von trades die sehr sehr lange andauern können wir haben es vorhin gesehen das waren was haben wir gesehen 600 trades über zwei jahre zweieinhalb jahre das zieht keiner durch also ich habe es schon durchgezogen aber auch mit mit schweiß und tränen aber ich kenne niemanden der so der solche phasen dann auch wirklich durchzieht also von daher versteht das bitte als als tipp als hinweis in welche richtung man forschen kann was man vielleicht so als grundidee haben kann wenn man intra die handelt sind vielleicht eher nach 17 oder 30 mal auf der long seite ausbrüche sucht dass man vielleicht sich dann trotzdem mal traut wenn der markt morgens um 9 uhr losgelaufen ist nach oben und ein ganz stück gestiegen ist dann trotzdem mal traut gewinne mitzunehmen oder short zu gehen aber da muss jeder natürlich für sich dann seinen ansatz mit diesen informationen in einklang bringen mir persönlich hilft es ungemein wenn ich solche hintergrundinformationen habe weil ich dann so eine grobe marschrichtung habe das hilft sehr finde ich aber es schaut sehr viel einfacher aus als es ist wir haben es uns auch gerade anhand der equity ja vergegenwärtigt es ist nicht so easy wie man das sich vorstellt aber es ist ein guter und brauchbarer effekt und man wird vielleicht jetzt die eine oder andere strategie überarbeiten können und sagen können okay kein wunder dass das dann nicht so geklappt hat oder dass das so selten so gut geklappt hat so dann sind wir auch durch mit den fragen ich habe ja die anderen im prinzip im text schon erklärt das was ich jetzt hier gerade nicht zeigen konnte mache ich im trading room wer da interesse hat kann sich da gerne mal informieren bei uns auf der webseite vielleicht ganz kurz auch zu zum thema performance weil ich ja eben gerade auch die equity ansprach bei mir im im hauptberuflichen handel schwankt es auch es gibt da auch phasen zum beispiel hier 2015 gingen drawdown los da habe ich nur 13 prozent performance gemacht 2016 auch mal minus von 18 prozent das sind die die phasen in denen man naturgemäß aufhört und deshalb sind solche langen strecken wie wir sind der equity auch eben gesehen haben für diese strategie die sind unheimlich schwer durchzuhalten zwei jahre geht es nicht voran da hilft nur streuen und wir werden in den weiteren webinaren die wir hier machen also wir heißt der ingmar königshofen der heute nicht dabei ist der wird beim nächsten mal dabei sein und ich werden wir auch noch ein paar andere sachen zeigen man kriegt bestimmte risiken nur dadurch klein dass man eine gewisse streuung hat und kriegt auch diese ups und downs nur dadurch einigermaßen kontrolliert dass man auf eine gewisse art und weise streut deshalb man wird immer varianzen drin haben in der performance das kann gar nicht anders sein und damit umzugehen ist nicht einfach aber wenn man viele verschiedene ansätze hat die sie die jetzt nicht so stark korreliert sind kann das schon funktionieren so das war's für heute wir sind pünktlich fertig ich bedanke mich für die aufmerksamkeit danke auch noch mal cap trader für die möglichkeit hier zu sprechen und wünsche allen noch einen schönen abend einen erfolgreichen rest handelstag und eine erfolgreiche rest handels woche bis zum nächsten mal macht's gut ja genau da kann ich mich nur anschließen also vielen lieben dank die ihr lieber rené für das tolle webinar die der nächste termin in der reihe ist dann am 29 10 das thema ist dann also die volatilität und diese systematisch auszunutzen genau also wenn sie daran interesse haben schauen sie gerne wieder vorbei vielen lieben dank und noch einen ganz schönen abend